ich bin gerade noch schön dabei ein bisschen vorzuproduzieren weil ich bin es nämlich jetzt wo die folge sind bin ich montags bin ich schon unterwegs nach italien auf abschlussfahrt mit meiner klasse und ja deswegen kann ich auch die folgen ganz kurz zu zehn minuten habe ich versuche uns hinzukriegen minuten hinzumachen jeden fall das hat jeden tag in der folge war so kommt und ich meine es auch noch ein bisschen aufnehmen auch für auf die scam ecke weil habe ich auch gesagt angekündigt dass öfters werden kommen wird sofort weil ja einfach weil ich es möchte und da sehe ich das nächste problem wir kommen schon wieder oben raus ach ja da möchte ich nicht weiter so doch mit daraus ja das kann man ja auch zu machen jetzt hier das 24 auf jeden fall alles noch zu machen so jetzt oder wir machen jetzt so sieht aus dann so hin so wenn ihr hier nämlich hoch so hoch hier kommen rein so in versehen aus haben das dann alles so machen sie machen wir das jetzt auch kurz nämlich schön rein dann machen wir alles ein bisschen symmetrisch haben und so lang haben so dann machen wir ein bisschen weiter 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 so wenn ich es aufheben bin ich sehr gut dann machen wir hier uns mal eine werkbank dann haben wir uns hier noch und zwar möchte ich es doch holz machen so tsch 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 so kommen alles noch ein bisschen schöner machen so hier noch mal eine zweite wirkung kommen dann hier oben noch rein dann so man kommt rein dann könnte man ja woher mache ich nur boden aus holz und dann lassen wir einfach so obwohl muss ja auch noch eine reißen hier ich möchte ja das noch ungewissene spiele haben jetzt kommen wir schon mal noch ein bisschen holz haben was wir nicht brauchen hier haben wir und zwar ein paar mehr geschichten zu machen so haben wir hier einfach hängen haben wir hier kurz ein bisschen was machen müssen ähm so dann haben wir hier eine gestein stein hier rein wir tun alle spiele sortieren ich gehe jetzt erstmal gucken ob wir ein bisschen gewachsen sind vorher gehen wir schlafen so viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sehen weil ihr merkt ich bin ein bisschen ja auch ein bisschen müde weil ich das nämlich gerade alles nur spät abends am zusammensteigen abend mach gerade noch alles aufnehmen ich bin das bei der zweiten folge mal sehen wie die andere folgen so werden noch schau dir weg so dann war es also das ganze was einhalten und da muss ja irgendwie noch irgendwie helleres zimmer dann müssen wir heute auch noch ein pflanzen und nehmen fest sein dass ich so sollen also ich habe über das sein dass wir dann aus einfach so lassen dass es mal gut und die wände einfach mit ja einfach weiß machen also nicht weiß an dem bisschen heller halt das dafür scheppchenholz ein bisschen geeignet und ja das machen wir das wird man auch machen und jetzt machen wir jetzt auch weiß ich muss es auch auch hier können wir auch noch ein paar bäume setzen das ganze farm ist auch wenn wir ein bisschen begradigen recht noch alles ein bisschen tiefes sind vielleicht einfach noch ein bisschen terraform noch hier schönes weizen fett zu machen hier als bestem treffe ist so wie ich habe es heute mit noch gar nicht gezeigt ultimate wird wahrscheinlich doch kommt auch wer weiß wer weiß das schon ob es kommen wird jetzt noch ein bisschen was ab und ja jetzt noch ein bisschen folge ist noch nicht nachher aus haben dann müssen wir uns halt alles schöner müssen machen noch ein bisschen anpassen ich sag mit der treppe wo einfach mit drin stand einfach ein bisschen nicht so schön fand ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe wo ich am anfang also das war mein timer oh gott ja ach komm wir machen einfach noch ein ein bisschen mehr ich habe eine kugel gehört habe ich auch gehört ich habe eine kugel gehört nochmal ein bisschen mehr als das ist wichtig so jetzt hab ich so so und da haben wir jetzt schon wieder betrieben jetzt würde ich auf jeden fall sagen danke fürs zuschauen auf der art der werte war überhaupt hat euch gefallen und gibt den ganzen Däumchen da nach oben und man sieht ihn in der nächsten Folge haut rein, ciao ciao